Hey Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Commentary BrickForce Ja, ich habe gerade die größte Fail-Aufnahme gemacht, die ich je gemacht habe Mein Mikro ist etwas zu laut gewesen, glaube ich So, ich habe nämlich BrickForce 12 Minuten lang aufgenommen Und dann habe ich, danach wollte ich das abspielen Und mir ist aufgefallen, es hat meine Stimme nicht aufgenommen Weil ich das vorher in Fraps aufgestellt habe Weil ich kurzzeitig überlegt hatte, ein Commentary aufzunehmen Also einfach nur ein Gameplay aufzunehmen Und jetzt bin ich ganz schön angepisst Weil ich da wirklich mir so alles runtergeredet habe Es war ziemlich gut, muss ich sogar sagen Also nicht schlecht, dass ich jetzt play Und dann ist da der scheiß Ton nicht drauf Ey, ich glaube ich spinne Mann Naja Dann erzähle ich euch das jetzt so Ihr seht im Hintergrund mein BrickForce Gameplay, was ich da erspielt hatte War jetzt nicht schlecht, aber auch nicht gut Und, naja Mein Thema war einfach im Let's Play BrickForce verbessern Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt oder nicht Und, naja Oh Gott, ich kann gerade nicht mehr reden Eins, zwei, drei So Ich habe auf ProGamers Seite Also ProGamer LP, glaube ich war das sogar Oder ProGamer, ich sage immer ProGamer Naja Ich habe auf seiner Seite gefunden So ein Video, sein Video gefunden Sein neuestes Video ist das, glaube ich Da hat er seine, na, so ne Umfrage gemacht Also nicht die Umfrage direkt im Video Sondern er hat eine Umfrage erstellt auf einer Seite Wodran doch bitte jeder einfach mal teilnehmen sollte Ich verlinke euch sein Video in die Beschreibung Und klickt einfach rauf Macht diese Umfrage Das dauert, weiß ich nicht 10, 20 Minuten vielleicht Wenn ihr viel schreibt Und, ja Dann seid ihr damit schon durch Und vielleicht ist es ein Schritt in die bessere Richtung von BrickForce Man weiß es nicht Aber Ich kann es mir gut vorstellen Und, ja Deswegen Möchte ich gerne dieses Video mit euch teilen Damit ihr Bescheid wisst Ähm Dass es sowas gibt Vielleicht habt ihr es nämlich noch nicht gesehen Bei ProGamer auf der Seite Ja, ProGamer LP Und, ja Das Video Also Sich die Zeit für eine Umfrage zu machen Nur für ein Spiel Erstmal das finde ich schon Echt bemerkenswert Das Ja, ich finde das echt Eine richtig gute Sache von dir Falls du das hier siehst Und Ja Ich hoffe einfach Dass da genug daran teilnehmen Dass Infernung das sieht Dass Was verbessert wird am Spiel Ich finde nämlich einfach Dieses Spiel ist Zur Zeit nicht mehr spielbar Ich habe auch einen Kommentar geschrieben Dass wir das vielleicht zusammen Alle wieder ordentlich kriegen können Das Spiel Meiner Meinung nach Sieht Infernung nur noch das Geld Einfach nur noch Geld 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 Die Spieler Spaß Quatsch Geld Ja, Geld Geld ist das was wir wollen Ne, ich finde das ist so ein bisschen Also es kommt mir Kommt jedenfalls so rüber Es sind so Ziemlich viele Sachen Die eigentlich jeden An Kotz Jeden An Kotz Naja Egal Ich weiß gerade nicht Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt Und immer noch ein bisschen aufgeregt Und wütend Und naja Auf jeden Fall Ja Ich habe es wieder vergessen Toll Nein Ähm Infernung finde ich leicht Geld geil Um es jetzt Drastisch auszudrücken Also ich finde sie Gucken zu sehr auf das Geld Meiner Meinung nach Sieht man das daran Dass sie einfach mal so Die Snowball Nates Jetzt in den Weihnachtskalender Machen Damit sich die nochmal jeder Ähm Kaufen kann Und dazu kommt noch die Aktion Dass man sich die permanent kaufen kann Und Boah Das Spiel ist doch einfach nur noch unspielbar Wenn die jeder hat Ich weiß gerade nicht wie laut mein Mikro ist Ich hoffe einfach nicht zu laut Und dann muss ich wieder eine neue Aufnahme machen Und ja Ich meine Was denken die sich dabei Die Snowball Nates Das sind die Fast stärksten Nates Die es gibt Und Die gibt es jetzt im Weihnachtskalender Das Spiel Das heißt ja schon mal Das Spiel ist einen Tag lang Nicht mehr spielbar Wirklich überhaupt nicht Weil jeder Noob Diese scheiß Nates hat Auch wenn er payt Und wenn er nicht payt Und Der wirft die doch einfach nur Das geht doch nicht Klar Und man hat immer noch zwei wie früher Man hätte die vielleicht auch Auf komplett einen setzen sollen Ist hier Ah da Ne Da wird mir einfach die Sprache weg Und Ich weiß gar nicht was ich dazu sagen soll Dazu kommt noch das Entfernen Und mir auch immer Das Halloween Oder nicht immer Sondern jetzt das Halloween Event Vorverlegt hatte Vor Halloween Und auf Halloween auch nochmal Und da Finde ich Das sieht man Da sieht man doch Dass sie einfach nur das Geld von uns wollen Sie wollen dass wir die OP Nates Dass wir die OP Waffen Dass wir die Coolen Outfits Da immer wieder kaufen Für die Für den letzten Der ist noch nicht Hat man Ich dachte eigentlich Anfangs Du kaufst dir ein Outfit Und das hat dann nicht gleich jeder Aber das ist ja immer wieder Also so ein Aktionsoutfit Aber weil das ja immer wieder Jetzt reinkommt Wahrscheinlich kommt sogar Mein Schneetan Outfit Wieder rein in den Shop Und das Ist doch auch nur Geldgründe Ja vielleicht Vielleicht kommt es ja sogar Wieder früher rein Früher als Weihnachten Und Einfach mal so Hier kommt Kriegt ihr nochmal alle Das Schneetan Outfit Gebt uns euer Geld So nach dem Motto Ne Das regt mich schon leicht auf Naja Und dazu kommt auch noch Jetzt mit Season 3 Jeder dachte eigentlich Jedenfalls glaube ich Dass es jeder dachte Ich dachte jedenfalls Dass es wieder gut ist Mit den Nates Weil die so Weil es eben nur noch Zwei waren Die man hatte Ähm Aber das Damit war es ja auch Wieder nicht gut Manche Nates Konnte man trotzdem Noch viermal haben Wenn man früh genug Gekauft hat Dazu noch die Ähm Na die Weltraum Nates Die kamen ja auch Jetzt in den Shop Wenn man sich die kauft Davon hat man vier Stück Die sind OP Die haben einen riesen Radius Und Die fliegen einfach nur Extrem weit Könnt ihr doch nicht machen Das Spiel ist doch Voll versaut danach Das ist so Ah da stellt sich mir die Frage Alles Geht geile Säcke Oder was Ne 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 Ich kann da einfach Nichts mehr zu sagen Es ist Ne Das Spiel ist so weit runter gekommen Mir fehlt der Nachladebug Die Nates sind einfach nur noch OP Man könnte Es Haben doch schon so viele vorgeschlagen Dass man ohne Sniper einstellen kann Dass man ohne Also dass man ohne Nates einstellen kann Sowas Man kann die Nates ja meinetwegen lassen Aber dann ohne Nates einstellbar Dass das dann jeder machen kann Der das möchte Das wäre so Das wurde schon so oft vorgeschlagen Das habe ich schon so oft gehört Ich denke mal auch Dass es an Enfernung rangekommen ist Aber irgendwie Denken die sich Nö Ach das wären nochmal Umstände für uns Und wir brauchen das nicht Und unsere Spieler kommen damit auch so klar Die spielen das Spiel sowieso Die haben da Geld für ausgegeben Die müssen das eigentlich spielen So sehe ich das ja auch Ihr habt dafür Geld ausgegeben Ich muss das weiterspielen Für kein anderes Spiel Habe ich so viel Geld ausgegeben Ah das Regt mich so So ein bisschen Regt mich das auf Naja gut Schon ganz schön doll Ja So jetzt kommen wir einfach mal Zu meinem Lösungsvorschlag Ich habe dann nämlich So eine kleine Idee bekommen So durch die Umfrage von ProGamer Die übrigens in der Beschreibung Bei mir steht Und in seiner Beschreibung Kommt ihr zur Umfrage Ja Ich hätte einfach so die Idee Dass sich vielleicht so ein paar Let's Player zusammenschließen Also große Let's Player Wirklich große Sowas Nicht sowas Sondern solche wie Schilling Wie Sax Barney Solche eben Die wirklich Einfluss auf unsere Community haben Am stärksten ja immer noch Schilling Ich meine Ich meine wenn das mehrere machen Schilling Sax Barney Sind eigentlich alle Let's Player von Bergfors sollten sich mal zusammentun Oder alle ab 1000 Abonnenten Oder 900 Oder keine Ahnung Nicht mal unbedingt ich oder so Sodass ich da Irgendeinen Vorteil draus ziehen kann Jetzt nicht dass ihr sowas denkt Aber einfach dass sich da die Leute zusammenschließen Wir sind eine Community Leute Wenn wir da zusammen Uns zusammenschließen Ein Video darüber machen An die An Entfernung Immer wieder schicken Brief Also E-Mails an die schicken Und Immer mit unseren Verbesserungsvorschlägen Also wirkliche Verbesserungsvorschläge Nicht solche wie Öh das ist scheiße Macht mal anders Oder so Sondern wirklich Könnt Also man könnte doch die Nails rausnehmen Oder man könnte die Nails runterpatchen Und Ähm Dann so ein paar Nails rausnehmen Die einfach nur wirklich zu OP sind Oder den Giftschaden von der einen Nail Da Der Nervt extrem Wirklich extrem Jeder Noob kann sich die kaufen Die sind nicht mal teuer Die wirfst du dann vor dich auf den Boden Schon ist der Gegner Erstmal durch die Explosion Kriegt der Schaden Und dann kommt noch dazu Dass er Einfach Nochmal durch den Rauchschaden kriegt Und das ist einfach nur OP Und Wenn man da irgendwie Einfach mal Lösungsvorschläge findet Ähm Zusammen Also man muss Man kann es in einem ganzen Video diskutieren Wir können Sowas Ich würde sowas echt gerne mitmachen Aber es Muss nicht mal sein Dass ich da mitmache Sondern dass ich Dass das andere mitmachen Deswegen Leute Mein kleiner Aufruf Schreibt doch mal Ein paar große Displaye Also das sind Meiner Meinung nach Sind so die größten Schilling und Sachs Bei Ani Ist einfach so Das sind die größten Dann Wen gucke ich noch Ich gucke Noch manchmal Alberto LP7 Dann Sterni ProGamerLP Solche Das sind wirklich die Ja ich glaube die haben alle Locker über 1000 Abonnenten Sterni Jetzt nicht mehr wegen seinem Kanal Aber der hatte Schon 2000 Abonnenten vorher hoch Und ja wenn sich die einfach mal Zusammenschließen würden Und dann So ein bisschen Darüber diskutieren Das hochladen Das entfernen Um schicken Den Lösungsvorschläge schicken Oder sie können auch einfach Nur Lösungsvorschläge Muss ja nicht mal ein Video sein So sich Dass wir uns einfach mal Alle zusammenschließen Dass die Community In die Kommentare schreibt Was sich alles stört Was Wie könnte man es verbessern Also so richtig Texte In die Kommentare Nicht einfach nur Nates sind doof Mach die raus Sondern Oder ich bin gegen Nates Sondern Nates sind zu OP Man könnte doch Dies das machen Lasst euch was einfallen Werdet kreativ Leute Ich hätte da auch schon Ein paar Ideen Die ich jetzt hier nicht Verbedingt noch erwähnen möchte Weil es das Video Unnötig in die Länge ziehen würde Sowas Also ein bisschen Müssen wir doch was Gegen Infernung machen Die sind Die machen das ganze Spiel Zur Zeit einfach nur kaputt Ich fand es so genial Als es Gut es hat damals geleckt Wirklich heftig geleckt An den Solvern Das sagt nicht mal an mir Oder an anderen Das waren einfach die Server Das haben manche nicht mal kapiert Aber dann Hätten sie doch einfach nur Den Nates Code ändern müssen Also ich glaube das liegt daran Keine Ahnung Ist mir auch eigentlich recht egal Jetzt lag das ja auch nicht mehr Hätten sie das doch einfach mal Gleich geändert Da wäre das Spiel damals schon richtig geil gewesen Ohne Legs Und Nachladebugs Ich finde der gehört einfach zu Breakforce Auch wenn jemand dagegen ist Man könnte den Nachladebug einfach wieder rein machen Und den dann öffentlich machen Also dass man wirklich Auf die Homepage schreibt Wie der Nachladebug geht Oder im Tutorial den Nachladebug zeigt Denn ohne den Bin ich Bin nicht nur ich auf Oder bin ich Ne ich bin nicht aufgeschmissen Ihr seht ja Ich spiele nicht unbedingt schlecht Aber es ist einfach Man hatte früher eine viel bessere Kaddie Mit Nachladebug Weil man Auch mal gegen zwei Ankommen konnte Und immer Gleich wieder Muni hatte Und die anderen haben es ja auch Und dann geht das alles schon Viel Naja Es ist einfach blöd Wenn man gleich um die Ecke muss Und Nachladen muss Und währenddessen kommt schon der andere wieder Und kann gleich gleich abschließen Wenn du zu zweit sind Und du einmal einen kriegst Und sowas Naja Ja Leute Jetzt habe ich mich wieder So ein bisschen Alles so runtergeredet Ich denke mal Es war ein bisschen was sinnvolles dabei Oder ich hoffe es einfach Und ja Schreibt es doch einfach Mir in die Kommentare Was ihr verbessert haben wollt Vielleicht mache ich auch mal Let's play together Mit jemandem Mal sehen Wer sich da so bereit erklärt Mit mir was machen Zu machen Vielleicht nehmen wir dann Sprechen wir dann auch mal über sowas Man könnte sich genauso gut auch Bekannte Ähm Spieler einfach so Die Gar nicht let's play So Just Cross Oder Premium Pro Oder so Solche So mit denen darüber reden Oder auch Beta Spieler Die früher dabei waren Und jetzt aufgehört haben Oder sowas Irgendwie Muss es doch eine Möglichkeit geben Dass das Spiel wieder Spaß macht Mir macht es zur Zeit keinen Spaß Ich spiele es nur noch Für euch Für let's play Und Um meinen Coin abzuholen Oder eben mit Freunden Und ja Dann Hoffe ich Euch hat das Video was gebracht Mir hat es auf jeden Fall was gebracht Ich bin alles los geworden Denke ich mal Sonst werde ich in einem anderen Video Nochmal drüber reden Und ja dann Haut rein Leute Lasst es euch gut gehen Und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal